Frei von Furcht Zwei, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Welche beiden? Der wahren erlöste Mönch und der edle Elefant. Diese beiden, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Zwei, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Welche beiden? Der wahren erlöste Mönch und das edle Ross. Diese beiden, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Zwei, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Welche beiden? Der wahren erlöste Mönch und der Löwe, der König der Tiere. Diese beiden, ihr Jünger, erschrecken nicht beim einschlagenden Blitz. Der wahren erlöste Mönch Untertitelung des ZDF, 2020